Hallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play von FIFA 13 mit dem Elo Fidorosinski. Elo, ich begrüße dich. Auch ein herzliches Hallo von mir. Wir spielen FIFA 13. Und jetzt sagen wir starten gleich, oder? Ja, mit der Zufallsauswahl. Ja, lange Pause. Mein Headset war, hey, aber habe ich schon mal in einmal. Mein PC war kaputt. Ja, das auch. Du jetzt wieder Norwegen. Ausland. Ah, da gibt es noch eine Liga. Das ist ungefähr in Norwegen auch. Oh, ich habe drei Sterne. Oh, du auch? Nice. Ich habe zweieinhalb nur. Du bist theoretisch besser. Das heißt, wer über die Guten kommt? Nein, 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 nein. Warte, jetzt habe ich. Volga, ich nehme mein, das Drieger. Nur weiß, okay. Die Mauswahl. Ach, du meine Güte. Ach, ich habe mal einen 70er. Der muss rein. Hey, den kenne ich sogar. Ich habe einen 73er. Ich habe einen 73er. Den kenne ich sogar, den 71er. Kennst du noch Anton Puzila? Ah, stimmt. Nein. Der hat mal bei, ähm, wie heißt's, nicht, ähm... Ich habe Kastrati. Der hat mal bei, ähm, wie heißt's, ähm, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Freiburg hat er gespielt. Denk ich aber nicht. Kennst du nicht mehr? Tut mir leid. Ich kenne ihn noch. Da Boateng, B Boateng, Brim, 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 Brim. Okay, so, um, probat, ruf. Für kreise. Ich habe diesen einen, Kastrati. Wie heißt der mit Vornamen? Keine Ahnung. Aber der ist bestimmt, der kann nicht sein, der wird Kastrati. Der wird bestimmt kastriert. Nein, natürlich auch die Reservebank, du kannst ihn nicht kastrieren. Schade. Schade. Wäre da drin, ich hätte den sowas von kastriert, du. Okay, Abwehr. Nein! Oh, scheiße, ich wollte gerade nochmal eine Abwehr gucken. Ich wollte auch gerade nochmal meinen Torhüter überprüfen, weil ich nochmal einen guten gefunden habe. Das ist das Problem eben, dass du eben so, äh, dass eben die Zeit so begrenzt ist. Ja. Boah, bei mir kackt gerade. Ich trübbel nur, ich schieße kein Tor. Bei mir ist die Frame-Aid gerade abgekackt, du. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, mein Tiefertor ist natürlich auch so, weil ich sonst nicht doppelt würde, den Junkowitsch. Warum auch immer, das sollte eigentlich nicht so sein. Ja, ich weiß nicht, wie ich es ausstellen kann, ist mir auch egal. Ja, ich muss mal schauen, ob ich irgendwie meine, ob ich den Ton mal bei mir irgendwie ausschalten kann. Ja, stimmt. Mikrofon ausschalten, ja, sehr. Weil hier haben wir schon, äh, äh, ich hab ja schon mit so einem Russen geredet. Ja, ich bin immer schlecht. Ja, nee, der war sogar gut. Also, ich muss sagen, der hat recht gut gespielt, hat am Ende gewonnen. Zwar nicht ganz verdient, unentschieden mehr verdienter gewesen, weil wir gleich stark waren, wirklich. Also, ich bin hier im Weiß übrigens, und der Hemkowitsch ist in, oh, nicht im Rückstand, in diesem Barcelona-Arte-Trikot. Naja, sieht der aus wie U-Delivante. Naja, wer hat das? Alter, würdest du mich verarschen? Hast du die neuen Biertrikots gesehen, vom spanischen Aufsteiger, die zweite Liga? Und jetzt sind seine Trikots, der aussieht wie Bier. Bier? Äh, was? Alter, ich bin hier gerade überhaupt nicht drin. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Geil. Ups. Ups. Schwerer Fehler. Bei mir hat's ab und zu noch ein Hänger drin. Vom Frame-Rack, ja? Ja, generell ein Hänger. Nein, 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 nein Du kannst nicht mal wirklich durch, äh, du kannst nicht mehr immer irgendwie, äh, wenn du mal etwas vorbei bist, kannst du nicht schneller sein als die. Ich hab den Ball gehabt. Ja, so langsam hab ich mich gefangen. Wow. Brenne, der spielt für den Turins-Vor-Ding. Oh, jetzt hängt ganz krass. Schön, schön. Oh, jetzt machen Sie drauf. Nein, 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 nein. Ich hab gesagt, hör auf. Nein. Nein. Doppel, nein, dreifach nein, 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 nein. Ja. Ja, jetzt ist es genau. So passt. Nein, abseits. Ach, Gott. Der fällt sowieso fest aus. Alter, das hat doch Millimeter. Oh, 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 oh. Kannst froh sein, dass meiner so, he. Also, was heißt, du kannst froh sein. Ich kann froh sein, dass er sowieso verschossen hätte. Ja. Als keiner abseits wäre. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Ja, mein Kapitän ist das. Und was können die so? Nach Ecken nix. Und jetzt, und jetzt. Nach Ecken können sie sich einen schnellen Konter fangen. Das hab ich jetzt rausgefunden. Wow, den hat er gut gespielt. Den hat er. Und Strohflor, Strohflor. Nein. Zum Beispiel auch den Kerchakoff. Kerchakoff. Ach, Kerchakoff ist auch ein Stürmer eigentlich. Der berühmte Kerchakoff. Der berühmte Kerchakoff ist ein Stürmer. Sag gerade, du hast so einen coolen Torwart. Der berühmte Kerchakoff. Ich hätte lieber Anshimahatschakoff oder wie die auch immer heißen gehabt. Die wären cool gewesen. Ja. Lassen wir mal durch. Und? Keine Frage. 60 zu 40% Ballbesitz für die Auswärtsmannschaft. Komm. Oh, der war schön. Schade. Ibrahim hat geklärt. Hab ich einen Linksfuß? Ey, ich hab keinen Linksfuß oder was? Ich hab einen 1-743. Dann lass ich's lieber hierbei. Fuzilla. Fuzilla. Doch, der kommt mir bekannt. Jetzt kommt mir der Name bekannt davor. Aber ich weiß nicht. Ich kenne ihn nicht. Nein. Nein. Halt, warum? Komm jetzt. Wieder Ecke. Ah, scheiße, Mann. Komm, pfeif ab. Brenne, der Boatengersatz. Brenne, Brenne. Oh, ich wollte in die Mitte spielen, aber es hat irgendwie nicht ganz so viel Spiele. Schau, der berühmte Kerczakoff. Ja, der berühmte, berühmte Kerczakoff. Walga gegen, äh, Strömsgötze, 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 alter, was ist das für ein Name? Ich hab keine Ahnung. Ah, Norwegen war ich, genau, als weiß ich, welches Land ich war. Ja, das Wappen kommt mir irgendwie bekannt vor, aber irgendwie... Wappen kenne ich auch ein bisschen. Na, Puzzila ist schon am Arsch, du. Das war's mit Puzzila. Und der ist auch, alter, die gehen mir vor. Was hast du schon? Ähm, Aydav, Aydav. Ich tue jetzt als die, als Diarov. Ja, der kann auch raus und dann Boateng noch 4 Trainer rein und dann passt es. Nö. Oh, mein Tom hat er 10,0. Perfekt. Sitzbarad. Ja, der hat ja auch super gehalten, muss ich sagen. Ja. Viel Ereignisse gab es keine und Spielinfo. Ja. Nicht so spannend. 56% Ballbesitz. Geht sowieso gleich weiter. Ja, ich musste noch geschönt etwas ändern. Fast schon. Pässe 100% bei Schuhlenin. 3 Wechsel auf beiden Seiten. Was? 6 Wechsel. 6 Wechsel. 2 mal 3. Wär schlimm, wenn er einmal 4 und einmal 2. 1 mal 4 und einmal 3 und dann gibt es 6 Wechsel. Nein, wohin nimmst du den mit? Wohin? Oh, 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 hör auf, hör auf! Jetzt spielt es hier etwas mit mir. Ja, ich spiele mit dir. Gutball. Ach, komm, ich habe es verdappelt. Ja, ich habe es verdappelt. 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 Und er hatte 7, der Keder. Der Keder. Der Keder. Der Keder. Der Keder. Der Keder. Schön gespielt auf die Seite. Johansson. Spielt den einen Spieler nicht aus. Ist ziemlich schlecht. Er wird gefeuert nach dem Spiel. Hänger. 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 Alles gut. Es geht weiter. Es geht weiter. Gefühle. Dazu, die habe ich deswegen jetzt den Wald verloren in den Kontext reinbekommen. Nur deswegen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Du werde aber auch erhalten können. als ein bisschen er hat ihn noch gerne abgewährt aber noch nicht geklärt Norddeutschzehner schlechte Malheit Hörer das ist am Ort und es wieder am Ort das sieht gut aus das sieht gut aus das sieht gut aus aber mehr für die Gegner schießt doch ich denk mal er schießt er nicht und dann machst du so ein geiles Eigentor alter der hätte ich mal die Wiederholung lassen müssen der war echt nice fuck ich drück auf schießen und er schießt einfach noch nicht und dann kommst du einfach bei eisgeil das war bitter los los los, au ihn rein, au ihn rein auch das wäre jetzt wichtig gewesen Oh man was für eine peinliche Aktion ich hab eigentlich weg vom Tor gedrückt aber der schießt einfach ins Tor rein auch nice es ist wel etwas interessant Nein neinно Dichtung ach der Spieler grandes ahu aber eigentlich muss man schon sagen dass es verdient ist ja schon verdient und dadurch nicht selbst schafft habe ich auch gedacht ich lege mal mit hand an oder spieler aus und elfmeter er wurde gefault ganz klar ist so viel es war ein ganz neues Volk abgesehen das Google sagt es nein nein ja gerettet nein nein mein eigener Mensch darf ich scheiße Doppel gerettet Alter ein Spiellauf habe ich einfach mal hier so auf einem Lumpf probiert ich habe es gemerkt es hat ziemlich gut geklappt fast ja aber das ausgespielt ja war aber nicht stark genug Alter das drüben steht ja gar kein wer ist denn das für ein Scheiß immer einer ne Mann los Jungs offensichtlich ganz ganz offensichtlich dran und ausgespielt Ibrahim in die Spitze da steht da oh da steht sogar einer Diamant der Klocken habe ich eingewechselt und faule was für was ne egal für was ne egal für was kann man nicht rein ich bleibe ihm auf die Seite Luchte Diamante Diamante oder so ähnlich da ist er der Boateng da war er der Boateng jetzt aber jetzt aber jetzt will ich was sehen Jungs nein noch nicht sowas drei Minuten noch oh der wird ein 2-0 hier nein 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 ja doch nein doch wirklich ja und da war vom gleichen glaube ich vom gleichen ja Strohbeck da müssen wir mal die Bewertung sehen du ja oh man also nachher auf nein drücke ich will die Bewertung wissen ja die was braucht zwei Eigentore gleich und jetzt noch 1-3-9 nein ich will kein Eigentor machen nein oh 3-0 Salugin Salugin ja okay aber ehrlich wenn du da nicht ran gehst meiner macht den sonst auch kochereien bei mir als du jetzt nicht bei dem hier gerade sein das erste war einfach unnötig ja das war aber nicht mit Absicht herrlich ich will das erste er hoffentlich ist das erste Eigentor noch bei den Wiederholungen mit dabei gucken wir uns das mal an dann schauen wir weiter für dich Strohbeck so mal schauen Spielerbewertung mal hier den Spielhöhepunkt hier Strohbeck 6,0 hat er gehabt durch zwei Eigentore jetzt muss ich hier das Eigentor noch mal alter herrlich schaut ihn euch an jetzt hier in der Slowmotion und ausgeblendet da kommt der Schuss der Schuss von der Nummer 19 und dann geht er ran und dann dieser eiskalte Schuss den Keeper überrascht es ist zweiter Eigentor naja ich würde sagen damit würden wir uns mal verabschieden oder ich glaube auch bis zum nächsten Part bis dann auf Wiedersehen auf Wiedersehen auch von mir